Baby! Shit! Was hast du denn, Joko? So, Belly, kippen wir ab! Und dann kommen wir zum Ende der Welt und zum Ende der Theologie. Wie nennen Sie... Das ist jetzt auch eine Zifferenzierung. Die Muffin-Eis-Trilogy. Und nennen Sie die Muffin-Eis-Trilogy. Und nennen Sie die Muffin-Eis-Trilogy. Ja, das ist so ein bisschen. Okay, das ist so ein bisschen. Das ist so ein Spaß, Joko. Das stimmt. Das ist egal. Du sagst, das ist ganz schön. Ich darf nicht mit dieser wunderschönen Dage, den wir gerade sehen, weil wir so ein bisschen. Wahnsinn, was diese Frau heißt. Also... In jedem Entwurf, in den sie auch sagt, dass sie kommen, wir haben sie mal gesehen. Ja, ja, klar. Also... Mhm, ja, klar. Die Menge. Jetzt sonst muss das mal ne sigui meant... Vielen Dank.